So, willkommen heute zur zweiten Aufnahme der ersten Folge, weil beim ersten Mal hat leider einiges nicht funktioniert und der Ton wurde nicht aufgenommen. Das heißt, ihr hättet mich nicht hören können. Ich hätte euch nur zeigen können, wie ich irgendwie rumklicke, ohne irgendwelche Informationen dazu. Deshalb habe ich das Spiel jetzt noch mal so weit zurückgesetzt, dass noch keine Informationen da sind, was ich sozusagen schon gespielt habe. Ich habe bisher nämlich eigentlich die ersten vier Tutorials für das erste Video schon gespielt gehabt, aber ich werde jetzt noch mal von vorne einstellen, weil ich einfach die ganzen Sachen vollständig gern haben möchte und euch natürlich auch die Tutorials zeigen möchte, weil ich finde, die sind ziemlich gut geraten und bieten eine sehr entspannte Einführung in das ganze Spiel. Also direkt in das erste Tutorial und ja, ich soll eine Schmerzmittelbehandlung bereitstellen. So, als erstes steht hier rechts unten die netten Informationen, was ich jetzt tatsächlich tun soll. Und ja, jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, da ziehe ich mir das Fenster schon mal gleich ein Stück zur Seite, damit ich nicht immer wegscrolle aus dem Bild. Also als erstes gehe ich nämlich die Informationen, wie ich mich jetzt hier bewegen kann, von wegen rechts links klick und so ein bisschen diesen ganzen Screen bewegen kann. So weit, so gut. Und als erstes wichtiges Element ist dann natürlich hier mein Input-Sockel, wo ich dann hier auch irgendwo, genau hier steht dann auch die Info, ich kann dieses Teil halt bewegen, damit ich hier hoffentlich alle Informationen bekomme. Hier eben zu dem Schmerzmittelbalken, weil die Aufgabe ist ja, ich sollte ein Schmerzmittel bereitstellen und dieses Schmerzmittel funktioniert eben erst ab einer Konzentration von 5, während dieses Destillat eben im Moment nur eine Konzentration von 4 hat. Entsprechend kriege ich hier halt die Info, was ich da sozusagen machen kann, dass das Ganze hier halt aktuell inaktiv ist und dass ich einen Verdampfer brauche, der mir dabei hilft, die Konzentration zu erhöhen. Und den stelle ich dann gleich mal hier so daneben, damit ich da direkt mit einem Fließband die Zuleitung machen kann. Aber das ist jetzt natürlich noch nicht alles, weil auch wenn die Konzentration jetzt gleich erhöht ist, das kann ich mir hier dann schon anschauen. Schmerzmittelfunktion ist jetzt aktiviert. Reicht es noch nicht, weil ich muss eben entsprechend noch einen Tablettendrucker anschließen, damit das Ganze in einer verpackbaren, schluckbaren, wie auch immer Form dann weitergegeben wird. Weil sonst habe ich das Problem, dass meine Kunden sozusagen nur einen, ja in dem Fall, einen komischen Kristall in die Hand bekommen, an dem sie dann vielleicht lecken könnten oder sonst irgendwas. Aber sozusagen so richtig als Medikament wird das einfach noch nicht funktionieren. Soweit ist das eigentlich schon alles hier für das erste Tutorial. Ich werde jetzt noch aufgefordert, den Namen zu machen. Den werde ich jetzt einfach sozusagen die Standardnamen da lassen. Das werde ich auch gleich in den Einstellungen mal noch anpassen, dass ich da nicht immer aufgefordert werde, weil ich lasse da einfach mal die automatischen Namen dann direkt verwenden. Und erstmal nochmal zurück zum Spiel, damit ihr seht, ihr habt ihr hier gesehen, jetzt das Medikament hat meine Fabrik, meine Fertigungsanlage verlassen und damit ist das erste Tutorial abgeschlossen. Und ich kehre entsprechend zum Menü zurück. Soweit schon, ja, das erste Tutorial abgeschlossen. Ja, wie ihr seht, ist jetzt hier sozusagen das erste Grün gekennzeichnet und jetzt gehe ich dann gleich in das zweite Tutorial, wo ich dann lerne, das, was ich jetzt gerade eben schon gemacht habe, noch ein bisschen zu verbessern. Und zwar höherstufige Heimmittel am höheren Wert, was bedeutet, dass man ihnen einen höheren Gewinn erzielen kann. Genau, dazu soll ich jetzt erstmal hier noch diesen ersten Raum dazu kaufen, damit ich hier eben genug Platz habe. Und ich brauche einen weiteren Wirkstoff. So, der Reste gerade Wirkstoff öffnet sich und genau, das ist der Wirkstoff, den ich bisher habe, eben die Schmerzmittelproduktion. Und jetzt geht es hier darum, also gehe ich nicht auf den Balken, sondern hier darüber auf der Bezeichnung, kann ich das Mittel eben zu einem Migräne-Mittel verbessern. Dazu brauche ich aber eine Konzentration von 7, also ist schon etwas aufwendiger. Und dann brauche ich noch einen weiteren Verdampfer, letztlich um die Verbesserung selber zu aktivieren. Das heißt, von 4 auf 7 eben 3 Verdampfer, um auf 7 zu steigen. Und ja, jetzt soll ich erstmal das Ganze importieren und letztlich die 3 Verdampfer anschließen. So, mal wieder ein bisschen reinzoomen. Die Schwierigkeit, was ich jetzt gesehen habe oder jedenfalls schon gemerkt habe, ist das Problem, die lassen sich zwar drehen, aber sie lassen sich nicht spiegeln, was zum Beispiel jetzt hier ja ganz nützlich wäre, wenn ich den jetzt hier spiegeln könnte und dann das direkt reinlassen könnte. Aber das geht leider nicht oder zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden. Deswegen sozusagen die Kette einfach hier direkt untereinander und dann mit etwas längeren Fließbändern, damit es jeweils wieder eingeleitet wird. So, also jetzt erstmal hier der Durchgang, dass eben die Konzentration jeweils steigt. Das Schöne ist auch in der Animation, nachdem er hier sozusagen aus dem Flüssigen ein Kristall gemacht wurde, wird man jetzt hier gleich sehen können, dass auch die Kristall, sozusagen die Farbe einfach noch ein bisschen sich verändert. Ich kann hier schon mal noch ein weiteres Fließband hinsetzen. Mal gucken, wo ich es nachher brauche. Aber dann sieht man auf jeden Fall schon mal, dass hier was rauskommt und sich das auch wieder um eine Farbnauance verändert. Also solche kleinen Details finde ich auf jeden Fall sehr liebevoll und detailliert dann einfach dort einzubauen. Und erhöht einfach so den optischen Reiz des Spiels aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr. So, also die drei Verdampfer habe ich jetzt. Die Fließbänder habe ich schon soweit miteinander verbunden, dass die eben entsprechend beliefert werden. Und bevor wir vortragen, das sind die letzten Verdampfer. Genau, und jetzt ist natürlich hier zwar Schmerzmittel aktiv und auf sieben, aber ja, die Konzentration passt, also das Häkchen ist gesetzt. Aber es ist natürlich jetzt noch kein Migränemittel. Und bauen Sie noch einen weiteren Verdampfer und verbinden Sie ihn mit Ihrer Produktion. Genau, also ich muss jetzt noch einen Verdampfer anschließen, um dann eben das Ganze sozusagen hinzubekommen, dass jetzt tatsächlich auch hier, wutsch, ein Migränemittel rausgeworden ist. Und dessen aktiver Bereich liegt zwischen 5 bis 9, das heißt mit 8 passt das schon, das heißt das Teil ist auch aktiv. Um Ihre Produktionslinie fertigzustellen, fügen Sie einen Tablettendrucker hinzu, genau, damit das Ding dann auch verkauft werden kann. So, Tablettendrucker. Und natürlich brauche ich hier dann auch noch einen Ausgang. Und der kommt dann dort unten hin. Nein, nicht so weit. Jetzt kann ich es da nicht anschließen. Okay, jetzt hat es geklappt. So, wenn Sie, genau, mal ein bisschen beschleunigen, dass das Ganze, takt, 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 takt. Damit jetzt das Migränemittel produziert wird, so weit. Und dann sollte jetzt auch gleich die Produktion abgeschlossen sein. Also, beziehungsweise, achso, ja natürlich muss noch die Verbindung zum Ausgang schaffen, sonst geht es natürlich nicht durch die Maschine durch. Eigentlich solltest du doch jetzt den Standard-Namen verwenden. Irgendwie scheint das nicht übernommen worden zu sein. Optionen. Ah, ja, ich habe, glaube ich, das Anwenden vergessen. Also, automatischer Name, Anwenden und zurück zum Spiel. Und damit ist auch schon die nächste Einführung abgeschlossen. Und ich starte gleich zum nächsten. So, also, das nächste Tutorial ist abgeschlossen und jetzt geht es in die Erkundung und Forschung, damit ich ein Agina-Mittel, eine Agina-Mittelbehandlung, also im Endeffekt ein Mittel für Behandlung von Agina einfach herstellen kann. So ähnlich, wie ich das letzte Spiel jetzt schon abgeschlossen habe, stehen hier jetzt wieder die einzelnen Sachen schon bereit. Und jetzt soll ich, ja, Erkundung, auf Erkundung gehen. Also, dafür auf die Registerkarte Wirkstoffe und einen dieser netten Entdecker einstellen, die mich 50 Euro pro Tag kosten. Und letztlich soll der hier in den Wald geschickt werden, um dieses Grüne etwas zu entdecken, beziehungsweise seinen Nutzen für unsere Medikamentenforschung. Also, aktuell läuft die Forschung hier auch deutlich schneller als im normalen Spiel. Da bin ich mal gespannt, wie lange die Spiele dauern und wie ich die dann später in einer Folge zumindest zusammenbekomme. Auf jeden Fall ist der Drachenkäfer sozusagen jetzt, oder vielmehr mein Entdecker ist auf der Suche nach dem Drachenkäfer. Und parallel dazu gehe ich dann jetzt in die Registerkarte Forschung, wo es auch noch einige Dinge zu tun gibt. Nämlich, ich werde den Ionisator etwas später brauchen und ja, hier dann schon mal den Wissenschaftler einstellen und entsprechend zuweisen, damit er auch schon mal dieses Gerät, ja, einfach finden, entwickeln und entdecken kann, wie auch immer. Ja, diese Verbesserungspunkte, die man, wenn ich das hier mal, oder am besten mal zuklappe, dann kann man sehen, dass die hier sozusagen Verwendung fänden würden, wenn ich verdampfe Verarbeitungskosten würden sich senken, wenn ich dort einen weiteren Punkt sozusagen investiere. Genauso wie in den hier reden Tablettenbonus, da würde mehr Geld dann bei rausspringen und so weiter. Aber das ist in dieser Folge sozusagen jetzt noch nicht relevant. So, als nächstes geht es darum, mehr Kohle zu scheffeln, anders ausgedruckt, unsere Effizienz zu verbessern, weil es ist so, dass die Verdampfer sozusagen doppelt so schnell Produkte herstellen können, also beziehungsweise die Essenzen herstellen können und unser Tablettendrucker sehr viel langsamer arbeitet. Okay, das heißt, der Wirkstoff ist jetzt schon fertig, aber ich mache jetzt erstmal den Teil hier weiter. Okay, die Forschung ist auch fertig. So, also Effizienzsteigerung, das heißt, ein, so ein Input kann letztlich zwei Tablettendrucker bedienen und das kann ich dann jetzt hier laufen lassen, dass die jetzt sozusagen parallel hier durch den Tablettendrucker durchgehen und hier auf jeden Fall, ja, doppelt so viele Medikamente verkauft werden können. Und das Gleiche kann ich letztlich hier unten auch machen, also hier unten auch noch einen Tablettendrucker da dranhängen, einfach daneben stellen und entsprechend mit den Fließbändern anschließen. So, das erhöht dann sozusagen den ständigen Einkommensbonus sicherlich deutlich. Mal gucken, wie viel eigentlich das Medikament bringt. Er hört den kombinierten Wert um 20, Migränemittel 228. Ich weiß nicht genau, ob das dann der Wert ist, im Moment geht es eher noch nach unten. Naja, es schwankt etwas. 57 war jetzt gerade die Spitze. Aber gut. Soweit zur Effizienzsteigerung, dass zwei Tablettendrucker letztlich, ja, von einer Produktionskette versorgt werden können. Und dann jetzt die Registerkarte Wirkstoffe. So, das Nette, was er da gefunden hat, ist, wenn die Konzentration ausreicht, kann ich das Ganze mit, ja, also als Blutdrucksenker benutzen. Und wie gesagt, sobald die Konzentration auf mindestens 9 ist. Und Verbesserung zu Agina-Mittel, da ist es dann eine Konstellation von 0 bis 6 notwendig. Okay, da müssen wir jetzt gleich nochmal schauen. Also, genau, der neue Wirkstoff soll importiert werden. Dann gehe ich jetzt nochmal in die Produktion und hole mir hier den Wirkstoff rein. Gut, hier mehr Platz und der neue Wirkstoff, dass der importiert werden kann. Denkselle, die Maus wieder den Effekt zu führen und zu erfahren, wie man den Wirkstoff verbessert. Und, genau, auf die angegene Verbesserungskonzentration 0 bis 6 verbessern. 8 hat er schon. Moment, hier ist der richtige. Achso, genau, also ich muss ihn auf 6 verringern. Das heißt, ich muss erstmal die Konzentration senken, damit die Verbesserung möglich ist. Genau, die Konzentration muss gesenkt werden und das mache ich mit dem Dissolver, der die Konzentration entsprechend um 1 senkt. So, dann setze ich den mal hier daneben und... Ja, das ist natürlich nicht sehr sinnvoll, aber ich kann den ja zum Glück nochmal umpositionieren, damit ich dann da wieder rankomme. Weil, wenn ich den da reinschicke, dann kann ich den nächsten direkt unten drunter daneben setzen. So, dann habe ich zweimal die Verdünnung. Und habe dann sozusagen die passende Konzentration, um hier mit dem Ionisator das Anginamittel herzustellen. So, hier ist der nächste und auch hier sieht man wieder, zum einen ändert sich sozusagen das Destillat. Das heißt, das wird jetzt auf Reagenzglas statt dieser Becher und sicherlich ändert sich auch gleich die Farbe. So, jetzt ist auf jeden Fall das für den Ionisator vorbereitet und ich brauche bloß den wieder anzuschließen. Der ist ja jetzt auch schon entwickelt, auch wenn ich mich beim Vorschein noch nicht wieder umgesehen habe. Aber soweit. So, also denken Sie an die Maschine und die Medikamente an, die Verbesserung voranschreitet. Nach der Verbesserung müssen Sie die Konzentration erneut anpassen, um den Effekt Anginamittel zu aktivieren. Genau. Also hier brauche ich jetzt wieder eine Konzentration von insgesamt 6. Das heißt, ich muss um drei Stufen nach oben kondensieren. Und dann nochmal 1, glaube ich... Ah ne, die Verbesserung muss ich jetzt nicht aktivieren, dann kommt nur der Tablettendrucker dazu. So, ich habe jetzt aber noch... Senkt die Konzentration um 3. Okay, in die Richtung möchte ich nicht arbeiten, sondern ich möchte eigentlich die Konzentration erhöhen. Dann muss ich doch wieder die Verdampfer benutzen. 1, 2 und 3. So, alles wieder miteinander verbinden. Output zu Input. Und dann ist es jetzt natürlich unpraktisch, dass ich den Weg verbaut habe. Ach ja. Dann muss ich das Ganze leider nochmal wenigstens um 1 verschieben. Weil sonst komme ich hier nicht mehr an meinen Ausgang ran, wenn ich dann versuche, das Ganze zu einem Tablettendrucker weiterzuleiten. Also nochmal hier den Input machen. Und dann kann ich hier wieder nach oben gehen und dort letztlich noch einen Tablettendrucker irgendwo anschließen. Woher kann ich mir dann hier erstmal anschauen, dass das Ganze auch seinen Gang geht. Also hier von Rot zu Dunkel. Und hier ist jetzt wieder so ein anderes Behältnis, so wie das hier reinkommt. Weil es ja auch dann wieder die Wirkstoffkonzentration... Die letztlich erstmal nur eine Tinktur ist, aber noch keine weitere Wirkung entfaltet. So, jetzt wird hier die Konstellation Stück für Stück erhöht. Sogar hier drin sieht man sozusagen die Animationen mit den passenden Farben. Wie gesagt, solche Details finde ich schon sehr schick, dass hier da jeweils drauf geachtet wurde. Okay, also hier habe ich jetzt das Anginamittel, das jetzt letztlich produktionsbereit ist. Und ich, genau, in den Tablettendrucker reinschieben muss. So, und dann den Tablettendrucker direkt vor den Ausgang gestellt. So, einmal nach unten und einmal zum Ausgang. So, jetzt sollte es auch dann dieses Mal klappen, dass das Medikament automatisch benannt wird. So, den Grundriss habe ich jetzt für mich schon einen gefunden. Und dann dauert es nur noch wenige Sekunden, bis das Medikament ausgeliefert wird und ich dann hoffentlich... Jawohl, also das neue Produkt ist, ja, ausgeliefert. Und das Tutorial ist dann soweit auch abgeschlossen. Und an dieser Stelle, ja, hier also noch der Ionisator. Also es werden hier eigentlich Punkte generiert, aber ich kann sie wahrscheinlich nicht eben zuordnen oder irgendwie anbringen. Mal gucken, was mein Entdecker angestellt hat. Okay, der hat auch schon zwei Eversentjack Destillate. Das heißt, was auch immer diese Skala hier bedeutet. Von wegen 25,30, was sich da geändert hat. Die Anzahl der Wirkstoffe, die sie letzten Monat gekauft haben. Nettonachfrage 80%, Sättigung 54%. Wie viel der Versorgungskapazität gebraucht wird, steigert die Nettonachfrage, wenn sie bei über 100% liegt. Wie groß die Nachfrage nach einem Wirkstoff ist, bestimmt die Wirkstoffpreise. Hm, das heißt, der Wirkstoff sollte aktuell im Preis sinken, weil ja die Nettonachfrage ja relativ gering ist. Gekauft die Anzahl an Wirkstoffen, die sie letzten Monat gekauft haben. 0,5. Das klingt mir sehr wenig. Naja, aber so gut oder soweit für diese Folge. Wie gesagt, abgeschlossen ist alles. Dann geht es jetzt auf ins nächste Tutorial. So, auch dieser Block ist abgeschlossen. Und jetzt als letztes Tutorial für diese Folge mache ich noch die Katholise-Reaktion. So, stellen Sie eine Antikonvulsium-Behandlung bereit. Also, was sollte ich jetzt hier genau machen? So, ich soll... Dies ist ein Heilmittel von Grad 3 und könnte damit eine echte Geldmaschine werden. Gut. Planung. Als erstes machen wir uns dazu an die Planung. Gehen Sie auf die Schaltfläche unter Bildschirmrand und neue Registerkarte Heilmittel. Also, die Registerkarte besitzt zwei Funktionen. Zuerst dient Sie als Übersicht über alle Ihre Heilmittel. Kurz Schmerzmittel, Blutdrucksenkung, Antihistamin und Migräne-Mittel. Das sind die Sachen, die ich bisher habe. Und die Sachen habe ich jetzt so wahrscheinlich noch nicht in Produktion. Und hier kann das Antikonvulsium entwickelt werden. Ah ja, und die Nachfrage. 4,8 und 7 pro Tag. Also, die Anzahl ist relativ gering. Aber das ist wahrscheinlich einfach hier, um hier nicht mit gigantischen Zahlen handeln zu müssen. Genau, das sehe ich ja hier. Das Migräne-Mittel und das Antikonvulsium dann dort mit... Ja, bei mir ist es im Moment nicht so teuer wie dort. Bzw. das ist ja auch Pfund, aber 527 Euro. Und wir planen unter Antikonvulsium herstellen. Zunächst müssen wir ein Migräne-Mittel herstellen. Okay, soweit, so gut. Das sollten Sie vor keine großen Probleme stellen, da wir es bereits in der letzten Folge gemacht haben. Als nächstes müssen wir es zu einem Antikonvulsium verbessern. Dazu gibt es eine Zuziefahrung, die uns neu ist. Das sogenannte Katalysator steht hier. Ne, im Moment steht da noch nichts. Okay, das werde ich aber gleich noch finden. Bevor wir die Verbesserung beginnen können, brauchen wir eine besondere Nebenwirkung unseres Medikments, das als Katalysator für diese Reaktion dient. Lassen Sie uns den Katalysator suchen. Gehen Sie zur Registerkarte Wirkstoffe. Also hier ist der neue Wirkstoff und dort ist der Katalysator, der da gesucht wird oder benötigt wird und verursacht Schwindelgefühl. Genau, also die beiden grünen Punkte mit der Verbindung, das ist sozusagen das Katalyse-Symbol. Zuerst stellen wir das Migräne-Mittel her, das wir zu dem Antikonvulsium verbessern können. Gut, also auf in die Produktion und dem neuen Gebäude das Ganze gebaut. So, als erstes her mit dem Schmerzmittel-Import. Und ja, jetzt mal nachschauen. Verbesserung zu Migräne-Mitteln, dazu musste erstmal die Konzentration wieder erhöht werden von 4 auf 7. Am ersten Mal habe ich das alles noch mit den Verdampfern gemacht, weil ich nicht mitbekommen habe, dass der Agglomerator hier zur Verfügung steht und ich halt auch damals schon den Text nicht sehr vollständig gelesen habe. Auf jeden Fall kann ich das jetzt mit einem Agglomerator machen und muss da gar nicht so viel Zeug sozusagen reinstecken. Und ich werde das hier jetzt dann einfach mal hinstellen und schon mal die Konstellation so weit erhöhen, und das letztlich hier, Moment, achso genau, für die Verbesserung brauchte ich die 7, weil die Funktion wird ja schon bei 5 aktiviert. Und das ist jetzt hier schon so weit erreicht und der Haken ist gesetzt. Das heißt, ich brauche jetzt tatsächlich nur einen Verdampfer sozusagen dahinter zu setzen, um letztlich das Ganze zu dem Migräne-Mittel zu veredeln. Und damit nimmt natürlich dieses Design auch schon deutlich weniger Platz ein. So, gucken wir nach, dass ein Migräne-Mittel hergestellt wird. Jawohl, es ist ein Migräne-Mittel. Und jetzt hinzufügen des Katalysators. Importieren Sie den Katalyse-Wirkstoff. Diesen dort. Und, ja, verursacht Schwindelgefühl. Wir sehen den Workshop aus und nehmen Sie ihn anklicken, damit wir unseren nächsten Schritt planen können. Wir müssen diesen Workshop zu den Effekten unseres anderen Medikaments hinzufügen, damit wir das Migräne-Mittel und die Nebenwirkung verursacht ein Schwindelgefühl in einem Medikament machen. So, und dafür gibt es dieses neue, nette Teil, das sich Multimixer nennt. Zweimal Input, einmal Output. Ja, jetzt setze ich es gleich mal hier drüben hin. Einmal dort rein und einmal dort rein. Und dann wird wild drauf los gemixt. So, wählen Sie Ihren Multimixer aus und schauen Sie sich das Ergebnis an. Zack, Schamba-Migräne-Mittel verursacht Schwindelgefühl. Sehr schön. Wir haben ein Migräne-Mittel, das Schwindelgefühl erzeugt. Wenn Sie jetzt die Maus über das Migräne-Mittel führen, genau, da ist jetzt auch der Haken gesetzt. Das heißt, ich kann es jetzt mit der passenden Konzentration zumindest zu einem Antikonvulsium verbessern. Da brauche ich aber jetzt wiederum, ja, Konzentration von 15. Das heißt, da muss ich ein bisschen was anstellen. Genau, jetzt gehen wir wieder durch die Agglomeratoren und erhöhen erst mal die Konzentration. So, Agglomerator Nummer 1 und Agglomerator Nummer 2. Ja, jetzt wäre natürlich die Frage, gut, so dicht kann ich sie nicht zusammenstellen, sonst kriege ich das Zeug dann nachher nicht mehr wieder raus. Also einmal dort rein, einmal dort rein und dann schauen wir mal, wo es danach hingeht. So, was ist denn gesetzt das aus, wie das funktioniert? Sollten Sie den Grundriss, nee, den Grundriss brauche ich nicht, aber was im Endeffekt noch fehlt, weil ich beim ersten Mal, glaube ich, Zuckertabletten verkauft habe, statt meine ziemlich teuren Medikamente, ist das Problem, dass hier natürlich noch der Ionisator benötigt wird, um, nee, nicht um das zu entfernen, sondern es sollte eigentlich hier, der Agglomerator wird noch ein weiterer gebraucht, um tatsächlich letztlich die Umwandlung durchzuführen. Also hier noch ein Agglomerator dazu und dann geht das Ganze jetzt tatsächlich in die Umwandlung und es wird dann Antikonvulsium. Und zu guter Letzt ist es jetzt noch notwendig, hier, damit es aktiv wird, wieder die Konzentrationen zu senken und das Ganze etwas einfacher zu machen und der Ionisator senkt dann hier auch gleich wieder um drei Punkte. Okay, den kann ich jetzt da nicht so direkt anschließen, beziehungsweise ich kann erstmal mir hier noch ein bisschen Platz kaufen, dann geht das natürlich sehr viel einfacher. Also hier mit dem Ionisator, Input einmal an der Stelle, das funktioniert nicht, da ist dann die Wand im Weg, also in der Richtung. Und letztlich dann noch den, genau, den Effekt zu antiaktivieren, das mache ich jetzt gerade mit diesem Teil. Damit ist der Effekt aktiv. Und jetzt erhöht es natürlich den Blutdruck, was ein bisschen schade ist, aber so ist es halt nun mal, gibt meistens nichts ohne Nebenwirkungen. Und ja, dann also noch den Tablettendrucker und das Ding zügig verkauft. Also Fließband nach da und Fließband nach draußen. Und zur Effizienzsteigerung kann ich mir gleich den Spaß leisten und sagen, ich produziere gleich zwei Stück davon, also beziehungsweise zwei nebeneinander setzen. Okay, jetzt habe ich hier was falsch angeschlossen und tausche das nochmal aus, damit es auch wirklich dann dort hineingeht. Also hier, mein Antikonvulsium ist aktiv, nicht verbesserbar und wird das Ding hergestellt? Ja, ich hoffe. Aber die Wirkstoffe, 40 Prozent. Tablette aus Po-A-Pos. Okay, das Produkt ist released und dieses Tutorial ist ebenfalls abgeschlossen. Ja, soweit. Nochmal die ersten vier Tutorials. So, zurück zum Menü. Ja, die Tutorials muss ich insgesamt nicht aufheben, die kann ich ja jederzeit in kleinster Form widerspielen. Und soweit jetzt die ersten vier Tutorials wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat jetzt alles geklappt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich dann die anderen drei Tutorials ausprobiere, die dann hoffentlich auch ich das erste Mal spiele und nicht das zweite Mal. Also, wir sind die ersten Folge, das ist die erste Mal spiele. Tschüss. 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 Tschüss.